So, das Schöne ist, ich hab auch keine Ahnung, welche Tastatur ich hier nehmen muss, aber ich hab den Garbaniagarten schon gesehen. Oha. Wir schauen erstmal, was hast du denn für Zauber? Schlaf und Blitz. Und du hast Blitz und Vita. Ja, ich glaub, wir machen mal eben Schluss. Äh, das muss etwas schneller gehen. Zack. Oh, mein Gott, das Quessler konnte ich schnell. Der rast hier förmlich. Ja, also, der eine fällt schon mal um. Unser Heulechse-Konterauge. Aua. Ist halt schön, wenn man keine Knöpfe weiß. Ja, eine GF haben wir ja immer noch im Inventar, aber die trauen mich da einfach immer noch nicht ran. Ins Diablos zu holen, aber wir werden sie auf jeden Fall noch versuchen. Will die EGF ja auch haben. Ne? Ein Zaubersplitter. Shiva beherrscht Körperkopplung. Oh. Da müssen wir direkt mal... Wer hat denn Shiva eigentlich? Excel. Neun. Neun. Oh, dann kommt Analyse erstmal rein. So, was lernt denn dann Shiva mal? Eher mit Angriffskopplung. Genau. Das ist doch mal eine gute Idee. So, hier ist der Gabadia-Garden. Und ich glaube, hier ist sonst gar nichts. Ja, der ist nämlich gut versteckt. Und rein da. Oh, ein geiles Teil. Oh, der macht auch sogar ab. Wo kommt ihr her? Ihr seht nicht aus wie Leute aus dem Gabadia-Garden. Ja, ab hier... Ich weiß gar nichts mehr. Ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung. Pah. Oh. Sehr gesprächig, der junge Mann. Hier geht's ja ganz anders ab. Ein bisschen still hier. Ein guter Ort. Ja, das war alles mir, okay? Ich war oft hier und kenne den Direktor. Ich werde ihm alles erklären. Ja, wir nehmen Marinoa mit. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Du wirst dann mit ihr ausgetauscht. Selfie, du hier jetzt wache, ne? Oh, hier ist wieder ein Speicherpunkt. Den wollen wir natürlich auch erstmal nutzen, ne? Die Seed-Einheiten aus dem Bellam-Garden. Bitte in einem Empfangsraum im zweiten Stock. Okay. Man hat uns schon entdeckt. Aber wir wollen uns natürlich erstmal umgucken. Ja, wir sind doch da auf dem Weg, Mann. Hallo, hier spricht euer Meister. Ne, kleiner Scherz. Wollen wir uns natürlich erstmal auch hier umgucken. Äh, kein Zutritt? Ein Klassenzimmer für die gerade in der Prüfungsstatt. Zutritt verboten. Achso. Gäste müssen im Empfangsraum im zweiten Stock warten. Okay, wir dürfen auf keinen Fall da rein. So. So. Da, 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 da. Dann gehen wir mal in die rechte Seite. Und auf vier hände Tag ein Tag aus. Und mir einen geliebten Robin. Ach, ich kann es nicht erinnern. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ach, die ist am Lesen. Ich hab mal gehört, dass Hexen gehirnwäsche bestreiten. Stimmt das? Üben. Der Empfangsraum ist nicht hier. Geh zurück in die Eingangshalle und dann rechts. Äh? Ich bin auch nach rechts gegangen. Stört sich beim Training. Okay. Hier dürfen wir auch nicht hin. Dürfen wir überhaupt mal irgendwo hin? Ist ja alles zu hier. Weißt du, welche Karten am stärksten sind? Das sind die sogenannten Charakterkarten. Ich bin aber zu alt für Karten. Die zweitstärksten sind Bosskarten. GF-Karten wie Ifrit und Schieber sind ebenfalls sehr stark. Okay, mit dir will ich jetzt Karten spielen. Welchen Knopf muss ich drücken? Äh. Äh. Ah. Was haben wir denn für Regeln hier? Same. Oh Gott. Die hab ich überhaupt nicht im Kopf. Und ich seh keine Karten. Hab ich ihn jetzt gemacht? So, ich würde mal sagen, gewonnen. Okay. Okay. Das war's auch. Ähmische Karten gespielt. Dürfen wir jetzt hier weiter? Zutritt verboten. Gäste müssen wir empfangen. So, um im zweiten Ball. Ja, ja. Wir haben's ja jetzt umgesehen. Ist ja gut. Wir dürfen nix. Wir haben nix. Wir sind nix. Wir sind nur Seals aus irgendeinem fremden Garten hier. Eigentlich nichts verloren haben. Das hier ist aber nicht rechts. Das ist geradeaus. Wir gehen einfach mal hier lang. Also hier war ich echt noch nie. Ja, die Tür geht auf. Ah, was haben wir denn hier fallen jetzt? Shell. Oh, ich nehm alles. Gehen die Türen auf? Nein. Ah, also hier wird von Tennis gespielt. Hier ist der Speicherpunkt. Da dürfen wir nicht rein. Da dürfen wir nicht rein. Da auch nicht. Ja, ist ja gut. Dann speichern wir erstmal. Ja, ich speichere. Ja, so. Damit keiner überhaupt gar nicht habe. Das muss ich. Ich hab keine Lust, wenn mein Spiel abspielt, das irgendwie nochmal zu machen. Deswegen, ich bin einer, der eher öfter speichert als weniger. Ey, jawoll. Ein bisschen knede. Endlich mal. Schon gedacht, er kommt gar nicht mehr. So, dann bleibt uns nur noch die rechte Seite. Geht's noch dahinter lang? Nö, wir müssen noch hoch. Gehen wir hoch. Okay, wir sind wohl richtig. Ich wollte erst noch nach links und rechts, aber egal. Ach, wir sind angekommen. Selfie, du solltest doch eigentlich die Schmüre stehen. Ob's hier auch schuldenfeste gibt? Die hat Sorgen, die Frau. Ob Kiesis auch hier unterrichtet hat? Wie lange sollen wir noch warten? Kiesis ist da. Wie war's? Sie haben begriffen, wie unsere Lage ist. Und Ballant Garden ist noch heil. Das Attentat auf den Präsidenten wurde von einem Einzeltäter verübt. Der Ballamt gaben, trifft keine Schuld. So zumindest lautet das offizielle Statement der Regierung. Mit Täter ist doch Seifer gemeint. Er ist vor Gericht gestellt. Und hingerichtet worden. Was? Alter. Hingerichtet? Kein Wunder, wenn man mitdenkt, dass er den Präsidenten entführen wollte. Er hat uns, Waldäulen, damit in Schutz genommen. Ihr habt ja Seifer damit hineingezogen. Aber als Widerstandskämpfter habt ihr das Risiko einkalkuliert, oder? Ich denke, Seifer wusste das auch. Deshalb solltest du nicht glauben, dass er für euch gestorben ist. Sorry, das sollte eigentlich ein Trost sein. Er war ein Widerling. Aber jetzt, wo er weg ist. Xel hat Seifer gehasst wie die Pess. Das stimmt schon, aber er war immer einer von uns. Das kann ich nicht so hinnehmen. Am liebsten würde ich ihn rächen. Quizzis ist sprachlos. Ich... Ich hab ihn sehr gemocht. Er war so selbstsicher. Er wusste immer alles. Wenn ich ihn so sprechen hörte, war ich sicher, dass nichts unmöglich ist. War er dein Freund? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab ihn geliebt. Aber keine Ahnung, was er von mir hielt. Liebst du ihn jetzt noch? Wenn das so wäre, würde ich euch das alles nicht erzählen. Das war vor einem Jahr. Im Sommer. Ich war 16. Es sind schöne Erinnerungen. Hm. Die sagt nichts mehr. Ich komm da nicht so wirklich durch. Also muss ich wahrscheinlich zu Xel. Dieser Idiot! Ihn bezüglich hab ich keine einzige schöne Erinnerung. Man sagt, dass Liebe und Hass nahe beieinander liegen. Aber bei Scyther war das anders. Naja. Er war auch kein böser Mensch. Ingrid. Kein böser Mensch. Einer von uns. Scyther, du bist ja schon Vergangenheit. Wird man so über mich reden, wenn ich mal sterbe? Skor war dies und das. Werden sie so über mich herziehen? Ich verstehe. Sterben heißt zur Vergangenheit werden. Ich mag das nicht. Ich will das auf keinen Fall. Skor, was ist mit dir? Ich will das nicht. Hört ihr? Was zum Henker? Er ist ja wütend. Ich will nicht zur Vergangenheit werden. Wir haben ein Ende. Ja, jetzt weiß ich natürlich mal wieder überhaupt nicht, wo lang. Schloss 3. Da kommen wir wohl nicht hin. Warte mal, die andere Richtung. Ja, Vergangenheit werden, wenn man stirbt, ist schon... Ich schätze mal, dass wir hier rein müssen. Ich habe keine Ahnung. Ah. Oh, einen geheimen Drawpunkt entdeckt. Doppel. Ja. Ja. Ja, Freunde, ich habe keine Ahnung, wo lang, ne? Nur mal so am Rande. Ich weiß es wirklich nicht. Also hier auf keinen Fall, würde ich sagen. Nein, ich will da nicht rein. Ah, ich gehe automatisch da... Nochmal hier rum. So. Haben wir hier irgendwas? Nö, jetzt sind wir einmal rumgelaufen. Das heißt, ich habe mal wieder keine Ahnung, wo lang. Das ist sehr toll. Okay, da müssen wir wohl hoch. Wir müssen wahrscheinlich wohl wieder runter. Na klar, Axel ist da hinten, oder was? Auf einmal ist der raus. Hey, Squall! Hä? Was macht der denn hier? Was macht ihr hier? Was ist denn mal die Frage? Wir sind Kuriere. Wir überbringen euch neue Befehle von Direktor Sid. Was für Befehle? Habt mal keine Ahnung, ey. Wir haben uns einem hohen Tier hier übergeben. Anweisung vom Direktor. Erklärung! Wir sollten eigentlich nach Timber, ja? Aber es fahren mal keine Züge. Deswegen kamen wir mal hierher. Wir sind froh, dass wir euch getroffen haben. Cypher? Ah, genau. Ist Cypher bald nicht bei euch? Cypher ist angeblich tot. Er soll in Galbadia vor Gericht gestellt und hingerichtet worden sein. Lüge! Das ist mal nicht wahr. Ihn stellt man nicht so einfach vor Gericht. Und schon gar nicht mal hinrichten. Das passt nicht zu Cypher, ja? Frage! Boah! Cypher suchen gehen! Bis bald, Skoll! Wir gehen nach Galbadia und suchen dort mal nach Cypher, ja. Alles klar. Oh, noch ein bisschen geheim gefunden. Die Seed-Einheit aus dem Bellab-Garten bitte vor dem Tor sammeln. Okay. Dann speichern wir vorher mal. Äh, ja. Ich bin immer noch oben, ma. Äh, nee, zu toll will ich nicht. So.